Wir feiern heute im Prinzip unsere Zulassung. Wir haben zwar noch nicht das Abitur, aber unseren letzten Schultag und die Motto-Woche und eine neue Abi-Parade. Hier unser großer Trecker mit zwei DJs, guter Mucke. Einfach nur feiern. Das Wetter ist zwar nicht perfekt, aber einfach nur feiern, die Zulassung feiern und gucken, dass das Abi funktioniert. Wir sind halt vom Weingart, vom Wirtschaftsgymnasium. In den letzten Jahren waren wir immer so ganz klein, mit einem kleinen Fisbollerwagen. Da haben wir gedacht, heute müssen wir zeigen, Weingart ist auch eine Schule wie jede andere. Wir wollen genauso auf die Kacke hauen. Deswegen haben wir jetzt auch mal einen Newtonwagen mit guten Boxen besorgt und ziehen heute auch mal mit. Wir sind zwar leider der letzte Wagen, aber das Beste kommt natürlich zum Schluss. Und dann zeigen wir mal ganz Neues, dass Weingart auch mithalten kann bei den großen Schulen wie Marienberg, Berinos, Nelly Sachs und was weiß ich, wie die alle heißen. Okay, wir haben ja heute gemeinsam in der Schule erstmal unseren letzten Tag gefeiert. Und jetzt nutzen wir natürlich die Möglichkeit, hier nochmal Neues, musikalisch nochmal als Stufe den letzten gemeinsamen Moment zu erleben. Und ja, ich denke, es ist einfach das Wichtigste, das Gemeinschaftsgefühl und dass man es gemeinsam geschafft hat. Und ja, heute haben wir eigentlich nur vor, dass wir die Parade mitmachen und dann geht's los aufs Festival. Gemeinsam noch ein, zwei Bier trinken und den Abend genießen, bevor es dann mit dem Lernen losgeht. Und jetzt wird's nochmal ein, zwei Bier trinken und dann ein, zwei Bier trinken und die